Ciao! Ciao! Ich werde euch jetzt erklären, was das in Italien heißt. Das, das und das. Für eine Frage zum Beispiel. Perché? Warum? Wieso? Oder... Non ho capito. Ich habe nicht verstanden. Oder wenn du keine Ahnung von etwas hast. Wo? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wie war noch dieser Name? Doppel ist eine Verstärkung. Ich kann es nicht glauben. Kannst du es glauben? Wer hat die Nutella gelehrt? Aber bitte benutze das nicht mehr, um Ciao zu sagen. Bist du auch 41? Was soll das? Ich bin 31.